ich habe schon geschlafen hier und das wird es sehr weich sehr bequem und herzlich willkommen jetzt in der neuen folge dracula ich habe aktuell wirklich nicht den plan und die ahnung was wir hier so machen sollen aber das macht ja nichts können wir hier noch irgendwas machen okay damit müssen wir irgendwann mal irgendwas machen ich weiß noch nicht was okay wir gehen erst mal okay das haben wir uns alles angeguckt wir gehen das ich versuche jetzt mal ganz kurz auf den gang von der bibliothek ja aber hier komme ich irgendwie nicht weiter schöne viele bücher nicht auch gut da kommt man glaube ich raus oder also hier war irgendwas abgeschlossen auf jeden fall ja wir haben zwar einen schlüssel aber nach diesem weg klicken muss wir haben zwar einen schlüssel aber der scheint da irgendwie nicht zu passen abgeschlossen und da da kommen wir glaube ich her da kommen wir her und sonst komme ich auch nirgendwo hier hin das war nächtiger flaschen schuch das ist ja das ist ja unglaublich können das machen machen leben das ist okay der gesagt er wollte sich später darum kümmern jetzt sieht man die halle das ist das ist ja unglaublich freunde 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 es ist aufgegangen oder kommt das irgendwie weiter aber die tür ist ja immer noch zu abgeschlossen okay na gut dann dann gehen wir jetzt mal mal hier raus musst du irgendwo wieder raus kommen oder nicht ja hier ist ja eine spiegel 45 und wie soll ich sagen orientierung ist nicht unbedingt meine stärke das wisst ihr da können jetzt glaube ich rüber gehen cool dass deswegen aber die kurbel das ist ja ruhig so raffetückisch super geil super geil wo kommt man hier hin geht es nur runter okay kommen wir hier raus hier sind wir am anfang jahren kamen wollten uns hier als vertreter vorstellen das hätte nicht funktioniert aber jetzt kommen kommen wir auch wieder rein da kommen wir schon wieder rein cool gut dann möchte ich jetzt als allererstes mal da liegt ein toter hamster oder mit der ist am kacke das hatten wir schon aber alles nicht ich möchte jetzt mal gucken wo wir doch ich weiß nicht wie die gute dame hießen und das war glaube ich unten wir haben jetzt ich will ja nicht sagen aber die in die frau ist mir unheimlich freunde die frau ist mir unheimlich ach müssen wir glaube ich wieder rumgehen sonst dorncard baby wir sind sie hätten eine frage an ihnen okay genau dass das haben wir gefunden wissen sie wozu diese kugel dient ach man darf die dinge nicht nur nach ihrem aussehen beurteilen eine einfache kugel wie diese hier kann die zukunft voraussagen doch auch geheimnisse enthüllen manchmal genügt eine kleinlichkeit um die dinge zu offenbaren eine kristallkugel kann als verbindung zwischen zwei welten dienen diese kugel ist nicht aus kristall wie soll sich solche zeichen offenbaren ich bin eine zauberin schau mal was die magischen kräfte alles vermögen nimm die kristallkugel sie wird dir helfen zeichen zu entschlüsseln und somit in den geheimen teil des schlosses einzudringen doch vergiss nicht dass du vor allem das amulett finden muss sie hat auf jeden fall sehr gepflegte fingernägel finde ich kommt da das gleiche noch mal meine frau wird im schloss gefangen gehalten aber ich weiß nicht wo sie sich genau befindet können sie mir helfen sie zu finden deine frau sie befindet ja das hatten wir schon okay okay wir haben jetzt eine kristallkugel können dass das das ding mit mit ihr ist dass das amulett ich glaube es aber nicht aber das kann ich auch dazu kann ich habe ich keine optionen für gut dann wahrscheinlich nicht dann gehen wir mal wieder pardon ich ok dann gucken wir uns hier draußen noch mal ein bisschen um da geht es zu Dorncard und wir oder geht es auch noch weiter und wenn man da kommt darauf hin kommt hier hinten genau wir gucken mal hier kommen wir mal hin kommen wir mal was machen Das ist ein bisschen hier. bei diesem kreuz hier ist mein ding man steht einer das ist ja aber 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 das ist ein bisschen was gedealt hier ist es nicht mehr ein pfeil ist gar nichts mehr diese goldene kristallkugel irgendwie einsetzen ok da geht es wieder runter zur dornkarte ich weiß nicht wie sie heißt mir doch hier da irgendwie auf jeden fall unser baby unser baby das wir haben was uns hilft und okay dann gehen wir mal hier dann gehen wir mal hier dann gehen wir mal hier gehen wir mal hier oder hier und ich weiß es nicht mal aktuell weiß ich es wirklich nicht wir gehen wir mal hoch weil hier haben wir ein tisch mittlerweile kommen wir rein kaputt ist alles sehr unheimlich freundlich da geht es nur wieder hoch okay so wollen wir hier schon eigentlich okay das ist abgeschlossen wir haben ja noch ein schlüssel irgendwo muss der schlüssel nach den haben wir irgendwo für ich weiß nicht also weg drachen ring wahrscheinlich auch nicht das sieht ja interessant aus sondern noch mal in die das schloss in das zimmer in das wo wir geschlafen haben gehen weil wir gucken mal ganz kurz ob da jetzt vielleicht mit dem der kristallkugel was machen können ok vielleicht passt die ja kristallkugel wir beschwören die ja nun oh gott ich muss mir das glaube ich aufzeichnen das ist das ist drei dass das behalte ich im leben nicht freunde da muss ich mal ganz kurz gucken dass ich male stift haben stift 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 so dass du die zeichen ganz kurz auf malen ich probiere das mal ganz kurz pardon das ist ja ich habe so halbwegs irgendwie glaube ich hingekriegt aber das ist ich bin zwar eine gelegentliche finde ich das ganze prima was die astrologie so macht aber ich weiß es nicht genau welche zeichen wozu gehören das ist ein bisschen das problem ich weiß zum beispiel nicht was das ist das ist doch eine schlange das sieht aus wie ein w oder was weiß ich und das hat so ein bisschen das problem wir müssen jetzt da vielleicht irgendwas machen das problem ist ich kenne die zeichen nicht liebe leute wasser mann vielleicht müssen wir etwas einsetzen geht es wieder zurück da fehlt wahrscheinlich bestimmt ein spiegel das können wir glaube ich noch nicht reden nämlich lösen das ist sage ich jetzt mal so in meinen jugendlichen leicht sind das war einfach die sache denke ich mal schon da kann ich ja nix nehmen moment da muss ich mal ganz kurz gucken also ich hoffe ich krieg das ist wieder okay das komische zeichen das war da sind die sternzeiten mit das ist der löwe moment löwe das zeichen so mein das ist der das ist der skorpion ich glaube es ist der skorpion skorpion und das dritte war das dritte es ist glaube gar nicht wahr das ist der steinburg das ist gar nicht das kopien ist der steinburg steinburg okay das ist auf jeden fall der skorpion und dass das letzte zeichen das das letzte war der skorpion okay okay das ist natürlich praktisch ich hätte die würfel ganz gerne mitgenommen aufgeschrieben okay gehen wir mal wieder dann gucken wir uns jetzt mal ganz in ruhe an sowas mal auf alles natürlich die reihenfolge es ist erst mal war der level wo haben wir die löwen was der level dann haben wir der steinbock ist dem steinbock ist dem steinbock ist glaube ich dem steinbock ist glaube ich dem steinbock so und der dritte ist dem skorpion machen wir den skorpion oder ist das der steinbock da ist der skorpion das war nicht statt der steinbock okay fangen wir noch mit löwe an löwe steinbock skorpion das sieht irgendwie so ein bisschen leer aus es müsste irgendwas rein ich würde gerne das nehmen weil ich glaube das funktioniert nicht also nochmal wo haben wir den level dann müssen wir umgekehrt machen das könnte sein umgekehrt vielleicht füste finsternis 66 auf dem kopf und gehen wir erst in skorpion ist das jetzt kompensiert so wie den krebs das der skorpion machen dass der skorpion ist dann steinbock und dann den löwen wo ist dem löwen jetzt habe ich nicht richtig geklickert also noch mal skorpion der steinbock das nach spiel aus ist das vielleicht der skorpion jetzt sind die fische oder was ist das hier ist das mit menschen da sind die fische ist das vielleicht der skorpion dann ist das vielleicht der krebs okay wir fangen an das skorpion wenn das der skorpion ist dann steinbock ist das der steinbock und dann den löwen wir sind es wieder raus das ist auf jeden fall der schütze aber die start das ist dem wasser mal die fische das ist das könnte krebs sein das könnte das ist der löwe das was in die frau vage wahrscheinlich und das krebs ist das was wir haben das ist der skorpion drücken als man dann drücken war das mal als steinbock oder das ist der wieder da ist der steinbock nimmt den steinbock und dann mal den löwen ja das mit der vielen krabbeltieren das ist der krebs oder skorpion das ist richtig aufgemalt ich glaube schon skorpion das müsste das gut ja genau jetzt der schüttstache und das ist der der hat die hörner in der tat nur welche reihenfolge ich kann das auch gar nicht mehr dran oder ganz kurz also löwe steinbock skorpion das wird nichts machen was umgekehrt skorpion hallo die bleiben wir rinnen jetzt richtig ist löwe steinbock okay der geht wieder raus dann beim löwen blatt jetzt erstmal drin gut fangen wir so an löwe dann kommt steinbock aber da geht er wieder rein und dann skorpion wir dass das skorpion ist löwe schweinbock vielleicht ist das das skorpion man nennt er sieht aber aus wie ein krebs vielleicht fehlt hier auch tatsächlich noch was das kann gut sein insofern okay das würde ich sagen schnappen wir uns in der nächsten folge auf jeden fall spannend warte mal ich will noch mal ganz kurz hier zu dem hallo ich will noch ganz kurz zu dem gemälde gehen ich kann noch irgendwas entdecken kann sim okay das sind die drei karten die er versteckt und die sind im spiegel das heißt es muss auf jeden fall die umgekehrte reihenfolge sein vermute ich mal weil ist ja spiegel verkehrt wenn ich jetzt so wüsste was da der skorpion ist oder der steinbock okay ich vermute mal das ist dem steinbock ne wollte die dem skorpion das ist ein krebs das eindeutig ein krebs das ist eine langfristige schalentier so okay wir machen uns an das sind ein skorpion wenn das der steinbock ist so geht er wieder raus der bleibt komischerweise drin löwe dann machen wir mal steinbock mr krabs löwe der bleibt zumindest draußen steinbock ist mit einem zwei schon mal drin mein lieben freunde das knacken wir beim nächsten mal ich sage es erstmal vielen vielen dank fürs zuschauen und frohe wie gehabt in diesem sinne ab in die sinne freunde hat die tschau tschau